So und Hallo In einer weiteren kleinen Folge von Day in Light Mit dem allseits bekannten Oh nein Wo ist er denn? Ah da hinter mir stelle, genau auf hier Ich seh die gar nicht Sofälligerweise Ich seh die gar nicht Ich will den Namen um mich herumschwirren So Wow Oh Ich hab so gelacht jetzt daneben gesprungen Ich hab die so ausgelacht Mit meinem Arsch auf dein Face gelandet Was wollen wir eigentlich tun? Ich weiss nicht, die haben einige Missionen Letztes Mal angenommen Und Ich glaube es sind einige nur zwei Unimar drin oder? Ich weiss nicht, wir können mal einschauen und dann entscheiden wir uns spontan noch machen Ja toll Uhhh Wir haben ja da schon einen langen Monat einstellen Ich weiss nicht Ich weiss nicht Robi müssen wir sowieso Okay, wir die Pistel, zwei haben die Pistel geben Ich weiß nicht Ja Du hast eine? Großartig Hier Wie besprochen, das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandlei-Geschäft Das Beste der Stadt Hey, apropos Pfandleiher Kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, äh, äh, lach nicht Actionfigur Aus der Rene Call Serie Ich weiss, ich weiss Aber meinem Sohn bedeutet sie viel Ich habe mich nicht Der Schein fällt mir wert und ich habe ihn nur vercheckt Leider Was weiß ich oder? Es ist wirklich für seinen Sohn Ah ja, das ist nur was weiter unten Was? Ich weiss ja nicht, die Apropos gelungen Uh, jetzt bin ich wieder reingesprungen Ich glaub da ist nichts mehr zu holen Ich glaub wir haben schon alle Quests angelungen Ich weiss es wirklich nicht Ich weiss es wirklich nicht Ja Ich habe mich gesprungen Lass mich viel Stress Hey, ne bitte beruhig dich mal ein bisschen Chill mal, chill Ruhig brauner, ganz ruhig Ich will mehr Antizin herbekommen Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen Ja, das ist glaub ich die Hauptperson Ja, garantiert Ja, ich denk immer nur, wie die Hauptperson eigentlich Halt doch, da ist noch ein Ist er? Ja, der da Ich hab genug andere Sorgen, aber ich überlegs mir Ich bin mir sicher, dass wir den schon mal aufgenommen haben Wollt ihr auch grad sagen, ich glaub den haben wir schon aufgenommen Warum wir den jetzt nochmal aufnehmen können Hallo, was? Was hast du denn? Ja, kurzes Fleischmesser Ah, ich weiss für checken, ich weiss für checken Nein, das Medikit vercheck ich nicht Ich hab nur drei Hast du nur drei, wie viel Medikit jetzt verschmacht? Außen da einer Da noch Ja, ich brauche noch nichts Ich brauch ja dann doch noch nichts Nein, lattierost 들어가 Pass auf, ähm, fangen wir in die E-Quests rein. Ey, ob du das... Halt, den fangen wir vorhin rein. Ähm, E-Quests. So, wir haben familiären Suche-Dabuts-Pfandleihgeschäft. Hier sind ja irgendwelche Scheißgrätter. Äh, suchen Sie... Lavendelpflanzen. Suchen Sie die Chefs Festung hinter dem Bahnhof auf. Ja, machen wir die Chefs Festung. Weißdorf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Na, wo laufe ich denn hin? Na, Gott sei Dank ist es hell. Okay. Überall der Nacht, oder wie? Da bin ich schon. Wuuuuh. Wow. Alter, willst du mich gerade stromen? Stromen, vor allem. Warte, ey. Stromen, ja, ich wollte stromen. Durch die Kickbox. Du bist... Du kannst du mich hören? Huuhu. Höh. Wo? Ah ja, genau. Die zwei. Ah, meine Freunde. Und die, und die. Ach so. Oh, von hinten hat auch da einer zu. Na, eigentlich nicht. Okay. Du bist tot. Du bist tot. Echt eigen. Toll. Höh. Du bist ein Freund. Bleib unten. Höh. Ja. Ja, pass auf. Oh. Oh, der kommt aus dem Gully, die Arsch. Höh. 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 Ja, mit dir geht's ganz gut. Die andere kommt einfach aus dem Gully geheirat. Ja, ich leite da oben herum. Ich sammle gleich ein bisschen was zurecht. Ich tue das. Wo ist denn? Irgendwann wirst du dir nichts fragen und dann wirst du mich wieder umhauen, kannst du mir irgendwas leichen. Ja, ich hab knapp Geld. Ja, ja. Ich mein Dalldeler, was du von mir kriegst. Ey, cool. Ey, das hab ich noch gar nicht gesehen. Schau dir so. Wuuu. A cool Fall ever. Herausforderung. Ja, Herausforderung. Haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Ähm, pass auf. Ähm. Ah ja, wir wollten ja zur Festung, gell? Ach so, F. Ich hau die ganze Zeit. Ich mach nochmal auf den Weg. Ja, zur Festung, genau. Uh, und E. Oh, jetzt werde ich fast angestößt. Wow. Na ja, ich stresse mich nicht. Ui. Ja, ich brauch da Hilfe. Da. Oh. Alter! Rennst du nur? Was ist denn Scheiß? Ups. Ich wollte nicht mehr drauf und zau. Entschuldigung. Ich wollte schon mal fängen. Da! Jetzt geht's aus. Oh ja. Uh. Alter, weißt du nur, wie ich mir gepickt war? Hau, glaub ich, mit Hau, oder? Na, ich hab keine Ausnahme. Und zack. Ich verpiss mich mal runden. Buh. Hallo. Ja, lass. Alter. Ich hab immer noch nicht regeneriert. Was ist da los? Alter, der schmeißt den Scheiß auf mich. Los, ich schau auf. Rissen auf. Rissen auf. Wärte gerade schon. Hä? So geht das nicht. Wo ist denn da an da? Ah, der prügelt da hinten. Ah. Und wehren sie voll. Geh weg da. Ich steh auf deine Schultern. Ja, sehr interessant. Das wird, dass mir helfen. Wenn ich die Verklappung hinterlehe, kommt der Zahn wieder her. Ich weiß, da kommen einige da. Ja, da muss man ein bisschen rein. Weil ich aus, dass ich im Feuer geschossen hab. Ups. Warte, da ist ein Giftsommel. Alter. Geh weg da. Reicht nicht so hart aus, du Sau. Alter, die Giftsommel ist an die ekligsten. Jetzt mal. Nur kein Stress. Scheiße, ich glaube er hat nicht gesehen. Ich bin sehr glück, dass du in der Nähe warst. Dieser Fluss hat rein. Irgendwas von den zwei. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ah, 117. Wow. Uh, ihr merkt schon im Video. Wupp. 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 Hast du jetzt echt ausgeholt, du dummes Sichtung? Da für mal, komm her Ich weiß nicht, irgendwie kommt man das Fall, als hätten die sich verändert seit den letzten Monaten Ich glaube da haben wir gebrochen, so ein Mess Ja, müssen wir eh da, das gelbe Gebiet Ich meinst du, warum sich die verändert Ich weiß nicht, die sind komischer geworden Jetzt bin ich in dem geschwungen Schau, da ist er doch Ja, schieß Ja, da wo ich draufstehe, wo bist denn du? Genau Da drin ist er Glaube ich Mach auf Oh, ich hab ein Deppte aus schon wieder an mir Geh weg da Beziehst du den schon wieder her? Ich hab gar nichts da Ich bin die Unschuld von Lande Oh, der hat mir 26 Dollar gegeben Ich bin die Ungefahren, ernsthaft Willow waren das Aha Aha, wow, voll schwer, ich müsste da noch über den Zaun springen Nein, ich mach voll im Weg Wo ist der jetzt daheim? Da ist er jetzt mal da oben Keine Ahnung Na, da oben ist er auf jeden Fall nicht Da ist aber Essen, schaut ziemlich eklig aus Weißt du, dass es lustig ist? Danke Du bist an dem Typen vorbeigelaufen Was? Gut, was ist denn da schon? Moment mal kurz Oh, stresst dich nicht Ich hab nicht noch Überlebensrang, ja Das heißt, kleine Elektrozaun fallen Werde ein bisschen rückgängiger Wenn eine Waffe Ist oft der entsprechende Slot nicht gebraucht Was ist Legende? Keine Ahnung was war's Legende Legende, Stufe Legende Nice Ganz Ja, das ist neig Man merkt, dass das nach einer Aufnahmepause ist Weil wir haben eine Abdeck schon Ja, man merkt, ich hab nicht vergessen Fernseher ausschalten Jetzt haben wir Fernsehgeräusche, ich entschuldige mich Im Vorhinein, schau Oh Gott Ui, ui Das hat gar nichts, er ist jetzt sauer auf mich Na, bei mir hörst du es nämlich nicht Du nimmst dann meine Aufnahme wahrscheinlich Ja, in meiner Sprachaufnahme Ah ja, das könnte nachher sein, dass wir es nicht hören Okay, dann, Commander zurück Okay, ich bin da Passt Ich bin da 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 Alter, du hast nen Joker in deiner Jawoll Ich werde sperren Ich bin da Ich bin da Ich bin da Es ist ein Notfall Die Stadt hat kein Gas mehr Sie haben das Gas abgedreht? Das sollten Sie erledigen Kommandant, ich melde mich freiwillig Ich bin da Also, wir sind emperlich Aber es wäre schaue, wenn du uns verlieren würdest Ja Hey, drei Punkte Ach, das ist der Start Uuu Ich geh zu dem da, keine Ahnung wo der herkommt, wo der hingeht oder was der von mir ist. Grundlich schätze ich mal. Ich glaub nicht. Ach da. Ich glaub nicht, dass das durch den Tunnel geht. Ich glaub doch, ich hab das Gefühl. Bist du sicher? Wir werden sehen. Ah ja doch, wer lesen kann ist klar am Vorteil, ich sieg nix. Ja doch, und du bist eindeutig vorbei gelaufen. Ja, ich lauf wieder zurück. Alter, Mist gebürt. Ich komm nicht raus. Ja, ich stell mich da weit mehr auf den Bus und warte auf die. Da gelacht mir noch Abihinde dahinter her. Ersthaft, wird ja noch einer mit? Da, trennt's hier, Säcke. Ja, dass du da krochen hier wirst, grad wo ich da rumlaufe. Ich hab gesehen, dass du da drüben bist. Man lasst halt erstmal alle eingelaufen in das Feuer. Nerf mich nicht. Stirb. Ah, das ist der Nachte. Stirb. Bleib tot. Kommen wir noch schnell zu machen. Aus. F. Achso, der ist tot. Geht nix zu. Ich weiß gar nicht, ob du dir nix zu kriegst. Na dann. Das ist mit Schneßer. Eine Klinge, Metallteile. Noch mehr Essen. Hey, ne Nachricht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da. Hört mal meine Rücken frei, weil ich kann nicht da. Alles drück halten und die Rücken gleichzeitig. Da ist ein Schrank, den können wir auch machen. Und da ist kein Schrank drin. Sehr gut. Stirb der Sau. Alter, da ist die Nachte schon wieder. Ohne Ausdauer musst du echt immer einen Kopf treffen. Solange die Hunden bleiben, geht es nämlich. Ups. Ähm. Kauze da. Bleib liegen. Bitte. Bleib liegen. Nach drei Stunden steht er wieder auf. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr gehabt. Das probieren wir wieder. Ne? Ja. Der ist ja gerade. Ich hab den Herrn gefunden. Hast du den Schrank geschlafen? Ich hab den Herrn gefunden. Ja, ich muss schauen was da im Schrank ist. Oh, Alkohol. Alkohol ist immer gut. Hoch und haus. Ja, mach mal. Ja, dürfte offen sein, schätze ich aber. Ja, der Punkt ist weg. Oh. Du solltest dich beeilen. Ja, da. Es wird dunkel. Bin ich im Bus reingelaufen, ernst sagt's? Ja. Nix. Ich hab die Taschenrappen. Ah, einschalten. Warum mach ich die Taschenrappen an, wenn ich selber schwit? Oh. Ah, ja. Lustig. Hey. Hey. Oh. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Zzz. Komm, gib Gas. Dann reichen wir die zwei Punkte. Oh, den hat's voll weg. Oh. Ne, wir spielen die aus. Ah, ich mach das auf. Hält sich aus, da sind keiner in der Nähe. Der hat sich die Rippen brach. Dafür geh ich aber nix. Geh auf, geh auf, geh auf. Oh, ja klar. Oh, wer denn? Ah, nein, ich bin tot. Super. Oh, ich hebe auf. Und danach hast du so viel Freude bei dir. Wow. Mhm. Okay. Schmeiß den Böller zur Zaunfalle und aktivier die. Oh, oder so. Ich bin wieder tot. Alter, du bist voll so lang. Alter, ich hab nicht aufstehen können. Ich bin aufgestanden, da haben sie mich gleich alle wieder niedergeboxt. Wow. Hinter dir so ein Läufer. Keine gute Idee gewesen. Keine gute Idee gewesen. Keine gute Idee gewesen. 13 Sekunden. Aber jetzt lauf. Ja, ich hab's beim ersten Mal auch schon versucht, dass ich lauf. War nicht so. Oh Gott. 3-2. Fertigkeiten. Ja, bisschen Sicherheit langsam. Fertigkeitstufe. Läuftangriff. Waffenlieben. Ganz ehrlich. Ganz gleich. Das war auch nicht wenig. Ersthaft. Alter, was war das? Alter, es wird dunkel. Ich merk's. Wir sollten den Abbau schon erfangen. Ich hab irgendwo einen scheiß Blitter neben mir. Blitter? Ja. Wie ist es da? Gehen wir? Äh, die Savezone ist da vorne. Okay. Ich hab jetzt mal. Überweigel. Lustig ist, dass der einfach da loslässt. Okay. Dann pennen wir mal unten. Oh. Ah. Ah. Dadadaan. Also jetzt ist es wieder nach. Jetzt wollen wir kommen. Waren wir eine Stunde, dass das Rät war. Boah, ich hab's nicht gesehen. Der war geil. Nein, hab ich nicht. Ich lauf mich in die andere Richtung. Warum? Weiß ich nicht, ich laufe zu dem Punkt da hinten, wo du vorher hinlaufen willst, glaube ich, weil der ist nämlich gleich da. Oh Gott! Machst du das jetzt ohne mich? Nein. Alles klar, dann laufe ich auf die andere Seite. Okay, mach ich dann ohne die. Kriege ich schon irgendwie die. Du bist einfach losgeräumt. Ja, da zu dem Punkt willst du aber nichts mehr. Ja, aber wenn du einfach losgehst, geh einmal davon aus, dass du das da kommst. Kann lustig werden. Das ist aber auch schön. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich da hinbekomme. Alter, wieder so ein Spuckviech. Da verdächt' ich noch mit dem Punkt aus. Oh, das ist er. Jetzt darfst du auf mich gespuckt. Ah, hast du auch einen da. Einwischen. Gute Frage. Nächste Frage. Muss ich da auf die Brandschienen aufführen und dann der eine Springer... Probieren wir es mal so. Mit der Zwischen. Wie lange liegst du noch? 25 Minuten Sekunden. Schau mal, vielleicht schaue ich es noch. Typisch kann man auch nicht mehr explodieren. Ey, lass mich aus der Sicherheitszone aussehen. Ey, vergiss es. Nein, ist viel zu weit. 719 Punkte, sehr böse. Oh, war nicht fertig im Bahnhof. Das Leben ist hart. Da bin ich. Oh, grüß euch. Ach, da oben ist der Behinderte-Spuck-Typie. Da. Fick dich. Stirb du so. Nein, jetzt habe ich ihn echt so durch geschossen. Ja, sch- Alter, nerv' ich nicht. Das ist ein bisschen taktisch unklug gewesen, was ich jetzt zu tun habe. Ja, ich habe ihn jetzt nach unten geschmissen. Jetzt habe ich einen Unhalt-Untensplitter da unten stehen. Uuuuh. Ich schieße ihn. Ich schieße ihn. Eben. Na, ich habe schon drauf und ist schon tot. Einziger Handy, bloß der da unten macht mir mehr Gedanken. Ach, das geht schon. Na, spielen wir das Spiel. Au. Au. WTF. Hey. Reg dich ab. Ah, meins ist offen. Au. Scheißviech. Äh, wo bin ich? Ah, hi. Keine Ahnung, woher sie das ist. Au. Komm zu dir. Ich wünsch dir viel Spaß. Das ist lustig geworden. Wo, 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 wo. Alter, her auf. Warum schickst du mir schon wieder Einladungen hin? Also ich habe den Code verwortet. Das schon. Das schon. Bannuk fahrt überall in so einem Teil. Uuuuhuu. Au. Hast du das jetzt endlich oder? Alter, ich habe da einen fetten Umhöl vor mir stehen. Okay. Au. Wie kommst du rein? Ja, du musst oben zum Bahnhof hier gehen. Okay. Stirb du Sau. So. So. Jetzt hast du das Schirrseidee. Oh oh. Ah, schaffst du das bei mir oder? Alter, ich habe jetzt nur ganz kurz. Muss noch schnell regenerieren. Warum hat der Kaku auf die, Alter? Ja. Sehr gut, bitte. Es gibt verminderliche Akku. Au. Schaut lustig aus. Uuuuh. Macht viel Spaß. Uuuuh. Sehen wir Popcorn rein oder? Hä? Sehen wir Popcorn rein oder? Ich kriege... Aua. Wenn der mich trifft, das ist halt nicht mehr leichter erst. Der darf hat nicht mehr lange dauern. Popcorn rein. Popcorn rein. Wir reparieren doch schnell. Äh... Er? Keiner kann es immer. Ihre Gesundheit ist niedrig. Ja, die regeneriert sich schon bis 35 Tage. Kriegst wieder ein paar aufs Maul. Au. Stirb du Sau. Alter. Lange lebt er nicht mehr. Gleich hab ich ihn. Ein bisschen zu da aussehen können wir dann eigentlich. Wendigkeit mein Freund. Wendigkeit. Können wir Granate alleine werfen oder so? Kein Lust da gehen. Na na. Ja, dann mal wieder ein bisschen regenerieren. Uuuuh. Bringt einen Haufen Punkte? Wie? Ich hab's schon so einen umgelegt. Jaja. Ich hab jetzt fast die Hälfte von Level 6. Du hast ihn erschossen oder? Ja. Kein. 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 Ich bin ja gerade am überlegen. Alter, über den Scheiß. Kein. Kein. Ich hab gehört die Wüste explodieren. Hihihi. Schaut so ekelhaft aus wenn die Viecher explodieren. Ja, hast du es endlich geschafft. Kommen wir. Ja. Auf zur Safe Zone. Ja. H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Nice. Hä? Ja. Wenn wir nicht, lass mich in Ruhe. Hä? Bist nicht wieder ausgynstrass? Ja. Gäh. Bäh. Und darauf. Es ist noch an Plan. Oh! Heu! Heu! Heu. Na dann, sollen wir wieder Pause machen? Dann machen wir Pause.